heute freut es mich euch ganz besonders begrüßen zu dürfen zu einer spannenden ausgabe von ollie paradiso wir sind hier bei der marktkirche in hannover versammelt und haben gleich das glück mit das glockenkonzert der marktkirche aufzunehmen es ist bloß so dass es gerade vor ein wenigen minuten heftig geregnet hat und zu diesem zeitpunkt war ich leider unglücklicher weise auf dem weg zur marktkirche auch wenn der weg zum hotel oder zur marktkirche besser gesagt ziemlich kurz ist war der regenschauer doch etwas heftiger ich habe vorhin eine person getroffen und diese person sagte wenn ich oben anrufe geht's los das geläut ist das zweitgrößte in niedersachsen und beherbergt die größte glocke norddeutschland mit 10.360 kg mit dem schlagton e 0 und wir sind einmal gespannt und ich habe jetzt eine stelle gefunden von 15.750 g von 15.160 g So ist es, so ist es. 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 So ist. So ist es. So ist es. So ist es. So ist es. So ist, So ist, So ist,